Was funktioniert eigentlich noch bei uns? Weil das irgendwie angenehmer ist. Meine Koppelmaschinen hat auch einen Geist nach 10 Jahren ausgeguckt. Alles so weit. So, das ist ärgerlich. Das ist echt nicht ärgerlich. So, wir müssen jetzt die nächste auf. Ja. Ja, ihr müsst die nächste. Ja. Okay. Ich drücke das gar nicht, weil das so schön gedrückt ist. Ja, richtig. Das Problem ist, wenn man drückt... Ich drücke die ein, das wird mein Leben. Ich drücke die hier auf. Das war ein Räuf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020